Meine lieben Zuschauer, am liebsten hätte ich es euch gefilmt. Vor etwas mehr als einer Stunde, als die Arbeitsmarktdaten herauskamen, da saßen wir mit relativ guter Mannstärke da oben am Trading Desk. Nico war da, unser Trading Desk Assistent, Erik, der Trader, MJ, unser Chefhändler und natürlich meiner einer. Wir haben schon unsere Klienten informiert, wir hatten die Konten aufgemacht, wir haben gesagt, falls es echte Schockerzahlen sind, insbesondere wenn es auf der Unterseite Schockerzahlen sein sollten, dann sind wir bereit, Positionen umzuschichten, wir sind sogar bereit, langfristige Positionen da anzupassen. Zehn Minuten bevor die Arbeitsmarktdaten rauskamen, da habe ich gesagt, also wisst ihr was, egal wie die Zahlen ausfallen, ich glaube, der Markt gibt diesen Zahlen zu viel Bedeutung zu und ich glaube auch nicht, dass das echte Schocker sein werden. Selbst wenn, es ist fraglich, ob sie wirklich dann so viel Gewicht haben werden. Aber, ich weiß, ich hatte Recht und ich habe doch so oft Recht und noch viel öfter kann ich euch erzählen, wie oft ich Recht habe, nichtsdestotrotz. Nur so unter uns erfährt ja keiner, ich liege ja auch oft genug falsch. Und deswegen war es wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir da sind und dass wir uns das sehr genau anschauen. Zumal die letzten Arbeitsmarktdaten im Vergleich wirklich schwach ausgefallen sind. Und zumal Herr Paul bei seiner Rede im Rahmen des Jackson Hole Symposiums, um es mal kurz zu sagen, gesagt hat, vergiss die Inflation, jetzt interessieren uns nur noch die Arbeitsmarktdaten. Und ähnlich wie wir die letzten Jahre immer so auf die Inflationsdaten geschaut haben, jetzt schauen wir eben auf die Arbeitsmarktdaten. Allerdings muss man Folgendes dazu sagen. Ja, zuletzt waren die Arbeitsmarktdaten schwach. Auch diesmal könnte man argumentieren und sagen, die neu geschaffenen Stellen mit 142.000 nicht nur deutlich unter dem Schnitt der letzten Monate, wir hatten eher einen Schnitt zwischen 180.000 und 200.000, sondern auch wieder unter den Erwartungen, etwas mehr als 20.000. Wir könnten sogar sagen, es gibt eine Revision der letzten Monate um 80.000 nach unten. Und typischerweise eine Wirtschaft, die sich im Abschwung befindet, die bekommt auch Revisionsdaten, die nach unten korrigiert werden, während eine Wirtschaft, die derzeit sich im Wachstum befindet, eher Revisionsdaten bekommt, die nach oben korrigiert werden. Weniger Neubeschäftigungen, Revisionen nach unten und unter den Erwartungen. Demgegenüber gibt es aber so viel anderes, was man ebenfalls beachten muss. Unter anderem wusstet ihr, dass im Monat August durchschnittlich die Zahlen, die rauskommen, um 20.000% unter den Erwartungen liegen. Ah, wir liegen im Durchschnitt. Okay. Wusstet ihr, dass in einer Wirtschaft, in der bald Massenarbeitslosigkeit ansteht, Lohnwachstum eher deutlich rückläufig ist, wir haben aber ein Lohnwachstum von 0,4% gegenüber dem Vorjahr. Wusstet ihr, dass in einer Wirtschaft, in der viele Entlassungen bevorstehen, in der Regel Wochenarbeitszeiten runtergehen. Das heißt, naja, nur ganz rausschmeißen will ich dich noch nicht, aber du kannst schon mal weniger arbeiten. Sehen wir nicht. Wir sehen sogar, dass es etwas mehr ist. Also alle Zahlen sind besser als im Vormonat. Und auch die Arbeitslosenquote mit 4,2% nachher der Vollbeschäftigung. Das bedeutet, wir haben immer noch total gute Zahlen. Und nicht nur das. Die Arbeitslosenzahlen, die zuletzt nach oben geschossen waren, wenn man sich das so anguckt, ist diese Säule mit Gründen, warum es zu Arbeitslosigkeit gekommen ist. Da sieht man, diese pinke Säule ist die einzige Säule, die größer wird. Was ist das für eine Säule? Eine vorübergehende Arbeitslosigkeit. Das heißt, jetzt gerade brauche ich dich nicht, wahrscheinlich saisonal, und bald darfst du wieder zurückkommen. Und deswegen geht das wieder zurück, und deswegen geht auch die Arbeitslosenquote zurück. Nicht nur das. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was die Einzelhändler zuletzt veröffentlicht haben, sei es Target, sei es Walmart, die haben gesagt, der Verbraucher ist stark. Wenn wir uns anschauen, was Kreditkarteninstitute oder Unternehmen wie Affirm, also Buy Now, Pay Later. Affirm hat nicht nur Bombenzahlen, sondern Affirm sagt auch, dass der Verbraucher total stark ist und total stark bleibt. Nicht nur das. Wir haben zuletzt BIP-Daten gehabt von plus 3%. Nicht nur das. Wir sehen, dass zum Beispiel die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den letzten Monaten nicht gestiegen sind. Was auch ein Frühindikator ist für steigende Arbeitslosigkeit. Und zuletzt sind die Daten sogar unter den Erwartungen. Also weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet. Und die Fortgesetzten, die laufen aktuell seitwärts und sind auch zuletzt wieder niedriger als erwartet. Damit gesagt, ja, wir haben eine Verlangsamung der Wirtschaft in den USA. Im Moment haben wir kein Anzeichen dafür, dass es zu einer starken Rezession kommt. Das sieht aktuell nach Soft Landing aus. Jetzt kann man sagen, Hamed, einige Sachen hast du aber nicht beachtet. Zum Beispiel der Frühindikator ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Seit ungefähr März dieses Jahres unterhalb der 50 und fallen. Und auch unter den Erwartungen am Mittwoch kamen die Zahlen raus mit 47,2. Deutlich unter 50. Also im schrumpfenden Teil und sogar unter den Erwartungen. Absolut richtig. Aber die Daten sind nicht erst seit 6 Monaten unter der 50, sondern die sind unter der 50, seitdem die Fed die Zinsen massiv nach oben geschraubt hat. Da sind wir von Zahlen von um die 55 nach unten geschossen gekommen. Und seitdem sind wir im schrumpfenden Teil, ohne dass es zu einer Rezession gekommen ist. Und jetzt sehen wir eine Fed, die sagt, okay, wir haben unseren Job getan. Und diese Schraubzwinge, dass die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, obwohl sie ja noch mit 3% wächst, die werden wir nachlassen. Deswegen, ich frage mich, ob wir tatsächlich in den nächsten Monaten massive Zinssenkungen sehen werden. So 8 Zinssenkungen in den nächsten 8 Sitzungen. Ich lasse mich überraschen. Das Einzige, was ich sagen will, ist, es ist gerade nicht der Zeitpunkt für Panikmache. Wir können uns gerne die nächsten Arbeitsmarktdaten angucken. Und falls wir dann Hinweise dafür bekommen, Alter Schwede, jetzt geht es aber dem Arbeitsmarkt richtig an den Kragen. Ich glaube, dann kann man immer noch reagieren. Nur ist es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt für Panikmache. Es ist aber auch, unterm Strich gesagt, nicht der Zeitpunkt für, gib ihm, gib ihm. Ganz einfach. Wir haben 4 Punkte, die wichtig sind. Wir haben langsameres Wachstum. Wir haben eine Fokussierung im Markt. Wir haben ziemlich hohe Bewertungen und wir haben ziemlich viel Optimismus. Und das erkläre ich euch, was ich damit meine. Wir sehen zum Beispiel, dass eine ASML, ja, ich weiß, das gehört nicht zu den Magnificent Seven, zuletzt dort nicht runterkommt, weil Analysten der UBS rauskommen und sagen, wir sehen langsameres Wachstum und deswegen muss die Aktie neu bewertet werden. Wird sie abverkauft. Wir sehen aber insgesamt auch, dass die Magnificent Seven in den nächsten Quartalen und Jahren immer noch starkes Wachstum haben werden, aber nicht mehr so stark wie die letzten Quartale. Ist per se nicht so schlimm, wenn wir langsameres Wachstum haben. In einer Breite S&P 500 Unternehmen zuletzt 5% Umsatzwachstum, 10% Gewinnwachstum. Geil. Das Problem ist, mit dem langsameren Wachstum kommt eine ordentliche Bewertung. Das ist eher das Problem. Das dritte ist, wenn wir Nvidia nehmen und nochmals, Nvidia ist bei uns maximal übergewichtet. Nur Nvidia macht auch vom Nasdaq 33% des Jahresergebnisses aus und 17% des Jahresergebnisses von S&P 500. Das heißt, der Nasdaq ist um, sagen wir mal, 12,5, 13% gestiegen. Allein 4% gehen auf Nvidia zurück. Also einer macht 4%, der Rest macht, die restlichen 99% machen 8%. 99% machen 8%. Beim S&P 500 macht Nvidia ungefähr 16% des Kurzwachstums aus. Die restlichen 499 machen dann die anderen 86%, 84%. Wir haben eine Fokussierung. Wir haben aber auch eine Nvidia, die bringt wirklich richtig gute Zahlen. Und das nächste Problem, Broadcom, geile Aktie. Habe ich nicht im Portfolio, hätte ich aber gern. Auch eine Chip und KI-Aktie. Die Aktie vorbörslich minus 8%, obwohl die Zahlen wirklich sehr gut gewesen sind. Aber die Erwartungen werden um 0,1 Milliarde nicht getroffen. Die Aktie minus 8%. Warum? Es gibt nicht nur Kaufempfehlungen für diese Aktie gefühlt, sondern Kursziel für die nächsten 12 Monate 26%. Und wie ist die Aktie aktuell bewertet? Zweifache Standardabweichung über den Durchschnitt für die letzten 5 Jahre. Ja, ist teuer. Ja, geile Aktie. Aber wenn das Unternehmen solche Gewinnerwartungen erfüllen muss und dann kommt und sagt, habe ich die Zahlen für euch, ich schaffe eben nur, da habe ich sie, Gewinneraktie plus 18%. Umsatz plus 47%. Großartig. So, Ausblick für den Umsatz plus 41%. Das heißt, sie sehen ein Umsatzwachstum von 41%, aber der Markt hatte 14,1 Milliarde, damit sie sie 1% unter den Erwartungen und die Aktie kriegt minus 8% auf den Kopf. Obwohl das Unternehmen sagt, dass wir im Bereich KI mit einem Jahresumsatz von 12 Milliarden die Erwartungen der Analysten schlagen. Nur in den anderen Segmenten, da wachsen wir langsamer. Damit will ich euch auch nicht sagen, der S&P 500 und der Nasdaq sind gerade in einer Phase, in der man sagen muss, gib ihm, gib ihm. Und zwar maximal Bullish. Wir haben den Monat September, haben wir euch zuletzt gezeigt, gerade die letzten September, nicht gut, alles andere als gut. Die letzten 5 Jahre durchschnittlich minus 4%. In den letzten 4 Jahren hat die Apple-Aktie zweimal minus 10% im Monat September gemacht. Wir sind saisonal in einer schwierigen Phase. Wir haben die US-Wahlen in den USA vor uns. Wir haben die US-Wahlen auch nicht in Mexiko vor uns. Es ist ganz wichtig, dass ihr genau mir zuhört und nicht denkt, dass die US-Wahlen dieses Jahr in Kanada stattfinden. Also, Obacht. Und, das trägt zur Unsicherheit bei. Und deswegen, wenn ihr mich fragt, aktuell ist es eher eine Range. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein echter und wunderbarer Trading-Markt ist. Und apropos Trading-Markt. Wir haben in den letzten 6 Monaten mit unseren Trades eine Performance gemacht von 10%. Wir haben nicht nur in den letzten 6 Monaten Plus gemacht. Nur Plus gemacht. Kein Monat im Minus. Wir haben den S&P 500 auf die Long-Seite gehandelt, im Bereich des hohen Stop-Loss angepasst. Wir haben zum Beispiel eine Chainlink gehandelt. Wir haben zum Beispiel eine Barrett Gold gehandelt. Und ich weiß, dass MJ euch das vor 2 Tagen gezeigt hat. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, euch die anderen Trades noch zu zeigen. Mache ich gerne. Wir haben nicht nur alle Trades, wir haben auch alle unsere Investitionen für euch. Wir haben immer noch eine Masterclass, in der wir euch die Chart-Analyse erklären. Wir haben eine Chart-Software und die ist auch noch automatisiert. Woanders zahlt ihr diesen Preis, den wir euch aktuell anbieten, nur um eine Chart-Software zu haben. Nur um zum Beispiel bei einer Masterclass Chart-Analyse zu lernen. Nur um Trades zu sehen oder nur um Investitionen zu sehen. Bei uns gibt es ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das hat keiner. Warum? Weil ich es liebe, dass wir Qualität zu einem geilen Preis anbieten. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu traden, zu investieren, unsere innovative Chart-Software zu nutzen. Automatisiert und so weiter. Ich kann das alles gar nicht aufzählen. Zum Beispiel unsere Fokus-Listen. Kommt wann anders. Wenn wir uns den Nasdaq anschauen. Der Nasdaq hat eine massive Unterstützung. Unterkante bei 17.000 bis 16.500. Von der letzten Aufwärtsfälle die 61er Fibu-Marke. Fette horizontale Unterstützung. Ich mache es mir ganz einfach. Selbst wenn der Markt da hinkommt in den nächsten Wochen, ist und bleibt das für mich eine sehr starke Unterstützung. Oberkante 20.000. Kommt. 20.000 automatisiert. Da oben 20.800. Ihr könnt euch gerne schlapplachen, wenn ich sage automatisiert. Stört mich nicht. Ich finde es geil. Ich sage es euch immer wieder. Früher mussten Linien ziehen. Jetzt, während ihr nach links und rechts und oben und unten wischt, wir klicken einfach auf die Page-Down-Taste, indem wir uns immer wieder neue Setups angucken. Oder auf unserer Fokus-Liste sind. Macht einfach Spaß und vereinfacht unsere Arbeit ungemein. Wir bleiben mal einmal bei dem Gesamtmarkt und gucken uns einmal Broadcom an. Und da sehen wir, die Aktie, ja, minus 9%. Da legst du hin und stehst nicht mehr auf. Nochmals. Obwohl Umsatzwachstum von über 40%. Obwohl Umsatzausblick von plus 40%. Aber der Markt hat einfach astronomische Erwartungen. Das ist meiner Meinung nach eher das Problem. Weniger, dass wir jetzt in Richtung Hard Landing gehen. Denn ihr könnt mich dann ja gerne auslachen und sagen, haha, es kam ja doch schlechte Arbeitsmarktzahlen. Ist in Ordnung. Andere können antizipieren, ich gucke es mir an. Und wenn ich das sehe, dann habe ich immer noch Möglichkeiten zu reagieren. Nichtsdestotrotz, 200-Tage-Linie, offene Lücke. 135 ist eine erste sehr starke Unterstützung. Eine massive Unterstützungszone ist im Bereich der 120. Da muss ich euch sagen, aus meiner Sicht auch mittelfristig total interessant. Die Reaktion von Broadcom und die Zahlen zeigen meiner Meinung nach diese vier Probleme, die ich euch aufgezählt habe. Nämlich langsameres Wachstum, hohe Bewertung, zu viel Optimismus, auch von den Analysten und dazu diese Fokussierung, die wir im Markt haben. Das heißt, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt, dann wird auch der Semicondaktorenmarkt unter Druck geraten. Und dann ist die nächste Unterstützungszone im Bereich der 200. Ist eine horizontale Marke. Von dieser gesamten Aufwärtswelle seit dem November 23 tief ist die 61er Fibomarke bei 192. Das ist vom aktuellen Kurs gesehen, wäre das ein Rückgang von ungefähr 10%. Darauf gilt es zu achten. Nur ist das im Bereich der 200 eine erste sehr starke Unterstützung. Und wieder einmal habe ich es nur abgelesen. Und in einem Angebot, nicht nur alle Trades, nicht nur alle Investoren, nicht nur die Masterclass, sondern natürlich auch unsere Chartanalyse drin. Eine ganz andere Situation, leider, leider, haben wir in Europa, insbesondere in Deutschland. Denn wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass die Stimmung in der Autoindustrie von schlecht Richtung katastrophal geht, Wir sehen, dass die pessimistische Erwartung für die nächsten sechs Monate von bereits minus 29 Punkten zuletzt mittlerweile auf minus 40,5% gefallen ist. Das ist diese blaue Linie und das ist fast schon wieder so niedrig wie zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Kriegs in der Ukraine. Und es ist auch deswegen so, weil die das Interesse an Elektroautos in Europa massiv nachgelassen hat und Unternehmen auch die Einführung ihrer neuen Modelle immer weiter nach hinten verschieben. Über VW und die Profitabilität in Deutschland ist an anderer Stelle genug gesprochen worden, müssen wir nie nochmal darüber sprechen. Passenderweise, um euch mal ein Beispiel zu nennen, Daimler Truck bekommt ja auch überraschend jetzt ein CEO. Hatten wir auch zuletzt miteinander besprochen, ich hätte euch gesagt, ja, die 200-Wochen-Linie ist eine sehr starke Unterstützung. Ich sehe nur im Moment nicht, dass dieser Anstieg nachhaltig ist. Das heißt, wenn wir in die kleinere Zeiteinheit gehen, wir kommen wieder auf diese sehr starke Unterstützung zurück. Oberkante ist im Bereich der 35. Was natürlich total verlockend ist, ist die extrem hohe Dividendenrendite von Daimler Truck. Und auch nochmal diese, ich gehe noch näher ran, vielleicht kann man das sehen, diese offene Lücke im Bereich der 31. Starke Unterstützung, ob er langfristig diese Marke halten kann, bei den aktuellen Aussichten ist eine andere Frage. Vielleicht bräuchte auch ein Daimler Truck Helm Elon Musk. Denn Herr Musk hat dafür gesorgt, dass die Tesla-Aktie wieder nach oben schießt, indem Twitter Folgendes veröffentlicht hat, nämlich Q1 25, Full Self Driving in Europa und in China. So, und wir wissen, wenn Herr Musk etwas ankündigt, dann passiert das auch nicht. So, so viel die Geschichte. Denn hier steht, es kommt darauf an, ob wir die regulatorischen Zulassungen in Europa und in China bekommen. Und Herr Trump, äh, Tusk, boah, Herr Trump, Herr Tusk, Herr Musk, auch nicht schlecht. Herr Musk sagte, das werden wir noch, hat er glaube ich im Juni oder Juli gesagt, das werden wir noch in diesem Jahr hinkriegen. Er hat aber auch gesagt, dass die Robotaxis schon längst da draußen rumfahren werden. Und dann ist es Ende des Jahres 24. Und dann hat er bei der letzten PK gesagt, also, wenn wir es nicht irgendwann mal 25 schaffen, dann wäre ich überrascht. Warum ich sage, warum Daimler Chuck an Herrn Elon Musk braucht es, er schafft es, Tesla schafft es immer wieder mit Ankündigungen, die vielleicht gar nicht funktionieren, wiederholt den Kurs nach oben zu treiben. Analysten sind mittlerweile ziemlich pessimistisch, was Tesla angeht, was die Absatzzahlen angeht, was den Gesamtmarkt angeht, aber die Aktie hält sich tatsächlich nach wie vor wacker in dieser Range zwischen 200 und 260. Man muss aber auch sagen, fällt mir jetzt gerade ein, war ich gar nicht darauf vorbereitet, habe ich gestern gelesen. Von wann war denn das? Habe ich gestern gelesen, die Zahlen waren aber nicht von gestern, glaube ich. Wisst ihr, manchmal lese ich dann so Nachrichten von drei Tagen, wenn ich sonst nicht dazu komme. Tesla hatte eine relativ hohe Absatzzahl in China erreicht gehabt, aber auch, weil in China noch Elektroautos unterstützt werden. Und deswegen waren die Absatzzahlen sehr gut. Das kann vielleicht mit ein Grund gewesen sein. Ich glaube aber, weil Tesla sagt, dass 2025 Full-Slave-Driving-Autos rauskommen werden. Ist im Moment nichts für mich. Wenn irgendjemand zu mir sagt, Tesla, also 100, hätte ich gern. Ob ich es kriege, weiß ich nicht. Ansonsten von der gesamten Aufwärtswelle die 78er Fibu-Marke, 142, 142, 100. Ansonsten ist mir gerade Tesla zu teuer. Was bleibt mir noch? Liebe Leute, ich habe schon wieder vergessen, am Anfang des Videos zu sagen, ein Däumchen wäre ein absolutes Träumchen. Und ihr glaubt nicht. Jedes Mal, wenn ich am Anfang des Videos sage, ein Däumchen ist ein Träumchen, dann explodieren gefühlt unsere Zugriffszahlen. Das heißt, die, die jetzt noch zugucken, tut mir den Gewalt. Ein Däumchen wäre ein absolutes Träumchen. Und ein Abonnement, obendrein noch ein Sahnebonbon. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass es für euch einen Mehrwert gehabt hat. In diesem Sinne, gehabt durch Wohl. Vielen Dank.